Und noch ein Tipp für die Freizeitgestaltung. Was war dit denn? Ist der Fernseher abgesoffen, kannst du nur auf morgen hoffen. Sing ein Lied und leg da hin. Vielleicht kommt da noch was in Sinn. Da gibt's doch noch wat, wat früher mal war. Wat da noch rumstand im Real. Jetzt mein ik aber nicht de Flasche. Oder dit ganze Zeug zum Naschen. Dit waren die Dinger mit dem Denken. Und manchmal auch noch jut zu verschenken. Nu denk mal nach, kommst da nicht drauf? Jetzt regst du mal aber doch auf. Die Dinger mit dem Staub und Tuch. Jetzt hast du dit wahr? Dit war im Buch. Nu kann de Fernsehkiste ruhen. Und du hast richtig wat zu tun. Ahoi.